In Deutschland, Andreas Wittkitz, Germany, und Abadio Schild, Germany. Und Sascha Utz kommt ins Lande, wo sie mir daumdünn mit dem deutschen Pfarrer für Sascha Utz. Und hier ist es für die Zweck von Deutschland, die fährt hier am Donnerstag in Donauhäschenen. Im liebes Gewanderjahr, in der Südkort, entschied er diese für sich. Und Donnerpumpel hat sich in den Räumen im Gelände vergangene Woche in Hessen. Sascha Utz jetzt von Ihnen ist in den Räumen. Stamm, 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 Stamm! Stamm, 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 Stamm! Vielen Dank.